Strom aus fossilen Brennstoffen oder Atomenergie, beides gilt als klima- oder umweltschädlich. Braunkohle, Öl, Gas und Co. sind außerdem nur begrenzt auf der Erde verfügbar. Die einzige noch nicht genutzte Energiequelle, die Kernfusion. Dabei verschmelzen Atomkerne, erzeugen Energie ohne schädliches Klimagas freizusetzen. Seit Jahrzehnten forschen Wissenschaftler weltweit an der hochkomplexen Technologie, in der Kernfusionsforschungsanlage Wendelstein 7X in Greifswald, haben die Forscher jetzt einen Rekord aufgestellt, auf dem langen Weg zum kommerziellen Kraftwerk. Ich bin mir sicher, ich bin mir vollkommen überzeugt, Fusion wird kommen. Irgendwann werden wir Fusion haben. Die Frage ist, ob eben etwas früher oder etwas später. Das hängt natürlich auch vom Leidensdruck ab, aber auch vom politischen und gesellschaftlichen Willen, das zu tun. Wir Wissenschaftler sind bereit. Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald. Im Inneren die Kernfusionsforschungsanlage Wendelstein 7X. Nach ersten Experimenten im Jahr 2015 ist die Maschine drei Jahre lang um- und ausgebaut worden. Ein großer Schritt nach vorne. Die Heizleistung wurde verdoppelt, neue Diagnostik angebracht. 1000 Tonnen Stahl, Spulen, Rohre und Pumpen. Wichtigste Neuheit, das Kühlsystem mit flüssigem Helium. Mit dieser verbesserten Ausstattung ist die Anlage seit einigen Monaten wieder in Betrieb. Wir haben es jetzt so, zu 90 Prozent haben wir es jetzt so im Griff, dass alle Systeme wieder laufen, so wie sie vorher liefen. Sie sind alle total neu, total erneuert. Viel neue Software ist drin, viel neue Steuerung ist drin, viel Hardware, alles Mögliche ist ersetzt. Und jetzt läuft es langsam wieder zusammen. Und jetzt können wir tatsächlich auch mit inhaltlicher Wissenschaft beginnen. Vorbild ist den Forschern die Sonne. Energie entsteht hier durch Fusion, also dem Verschmelzen von Atomkernen. Auf der Erde wollen Wissenschaftler diesen Prozess nachahmen, um in einem klima- und umweltfreundlichen Kraftwerk zukünftig Strom zu erzeugen. Ein hochkomplexer Vorgang. Mithilfe der Greifswalder Anlage sollen Rahmenbedingungen der Kernfusion erforscht werden. Vor allem geht es um einen Aggregatzustand, den es in der Natur auf der Erde nicht gibt. Plasma. Ein ultraheißes, elektrisch geladenes Wasserstoffgas, hier erhitzt durch Mikrowellenstrahlung. Dafür wird zunächst ein Vakuum erzeugt. Ein Magnetfeld verhindert, dass das Plasma an die stark gekühlten Wände kommt und instabil wird. Ziel der Forscher, das Plasma bei 100 Millionen Grad dauerhaft herstellen und kontrollieren zu können. Wir müssen erstmal Energie reinstecken, um dieses Plasma, dieses superheiße Gas, um das heiß zu bekommen. Und das ist die Aufgabe dieser Anlage, dieses Plasma tatsächlich zu erforschen, was die Voraussetzung dafür ist, denn im nächsten Schritt auch Energie wieder rauszuholen. Und das ist die Mission dieser Anlage. Um Energie zu erzeugen, ist sie eigentlich zu klein. Aber sie ist groß genug, um genau diesen ersten Schritt zu machen. Das ist der Witz. Um Strom zu erzeugen, müssen in großen Fusionsreaktoren die Wasserstoffsorten Deuterium und Tritium zu Plasma erhitzt und verschmelzt werden. Das internationale Forschungsprojekt ITER in Südfrankreich will im Jahr 2035 mit ersten Versuchen dazu beginnen. Die USA forschen an einer anderen Technologie. Nicht mit Mikrowellenstrahlung, sondern mit einem Laser wird das Gas hier erhitzt. Im Dezember 2022 gewannen Wissenschaftler erstmals mehr Energie, als verbraucht wurde. Seit einigen Monaten läuft in Greifswald eine neue Experimentreihe. Zur Steuerung der Anlage und zur Art und Weise, das Plasma detailliert und stabil zu heizen. Aber Schritt für Schritt. Also das ist ein bisschen wie so ein nagelneuer Rennwagen. Wir sind jetzt bei den ersten Runden, die wir mit dem drehen. Da fährt man nicht gleich Vollgas. Alle bisherigen und die aktuellen Ergebnisse der Experimente sind hier im Datacenter gespeichert. Nach dem Umbau der Maschine kamen auch für Leiter Axel Winter sehr viele neue Analyse- und Sicherheitssysteme dazu. Eine riesige Herausforderung. Das sind 40 Gigabyte pro Sekunde. Klingt jetzt auch erstmal nur nach einer Zahl. Das ist so ungefähr das, was die weltweite Community im Jahr 2020 pro Sekunde zu YouTube hochgeladen hat. Das wird hier sozusagen auf diese einzelnen Blogs gespeichert. Zum Schutz sind die Daten in mehreren baugleichen Räumen mehrfach gesichert. Jede Einheit hat ein eigenes Brandschutzsystem. Allein das Datacenter verbraucht am Tag so viel Strom wie ein Einfamilienhaus im Schnitt pro Jahr. Die gesamte Anlage Wendelstein 7X benötigt 60 Megawattstunden am Tag. Dazu enorme Kosten für Material und Personal. 1100 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Kritiker halten die Kernfusionsforschung für einen Milliardengrab. Vor allem, weil eine Kernfrage noch nicht geklärt sei. Um Energie zu erzeugen, wird Tritium gebraucht. In der Natur gibt es dieses Wasserstoffisotop nur sehr selten. Bisher kann es effizient und in großen Mengen noch nicht hergestellt werden. Und alle Projekte und Computersimulationen, die man unternommen hat, um Tritium herzustellen, die zeigen alle negative oder Reaktionsproduktionsraten von kleiner 1. Das heißt, die anfängliche Tritiumzahl nimmt ab. Tritium zu produzieren sei kein Kinderspiel, sagt Thomas Klinger. Weltweit würde aber an Lösungen gearbeitet. Sein Team in Greifswald hat in dieser Experimentreihe einen Meilenstein überschritten. Das Plasma, hier direkt durch eine Kamera im Inneren sichtbar, konnte bei 17 Millionen Grad 8 Minuten lang stabil gehalten werden. Ein Rekord. Der weltweite Goldstandard ist so bei einigen 10 Sekunden. Und in dem Kontext müssen wir diese 8 Minuten setzen. Das ist natürlich schon ein heftiger Sprung. Damit zählen wir schon zu den einzigartigen Maschinen auf der Welt. Für Klinger und seine Mitarbeiter ist Kernfusion die Alternative der Zukunft. Die Strahlenbelastung sei im Gegensatz zu herkömmlichen Atomkraftwerken minimal. Die Stromausbeute könnte deutlich höher sein als bei fossiler Energie. Außerdem würde das Fusionsfeuer einfach erlöschen, geriete die Anlage außer Kontrolle. Besonders wichtig werde die Kernfusion, wenn andere Energieformen an ihre Grenzen kommen. Das ist auch nicht heute und das ist auch nicht morgen, sondern der Umbau der Weltenergieversorgung ist eine Jahrhundertaufgabe. Klinger schätzt, dass das erste kommerzielle Kernfusionskraftwerk in 30 bis 40 Jahren gebaut werden könnte.